Chris, kennst du Hannover? Warst du schonmal in Hannover? Ey, nichts gegen Hannover. Hannover, Dreckstadt. Also, ich weiß nicht, mich zieht glaube ich niemals irgendetwas nach Hannover. Niemals. Ich werde da niemals hingehen, wenn ihr da wohnt, ich werde niemals zu euch kommen. Gar keine Lust auf Hannover. Ich war mal auf dem Weg. Bist wieder umgedreht, ne? Auf dem Weg zur Dome bin ich durch Hannover gefahren und da waren auf jeden Fall hübsche Frauen. Das sagen viele irgendwie, ich weiß nicht, ich kann das nicht so glauben. Das sagen dir aber über alle, über jede Stadt. Hannover wohnt glaube ich in Hannover, ja. Weißt du ja schon, was sich da rumbreitet. Was für euch das? Ziele aktiv! Schalte sie aus. Hannover Verbot. Ja ja, Hannover Verbot. Warte. Hannover Verbot, schade. Was wars jetzt? Wir schreiben ein pleites. Einfach so richtig random Eifer und nur so Stadtnamen in den Chat. Kill des halben. wo gibt es den schlisten frauen deutschlands frage fünf freunden kann sich mal schauen dass wir bei amg fünf prozent rabatt bekommen oder weil die sind teuer die auto ein nein sie würde dir am anfang viel mal münchen ja 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 glaubst du auch bei der münchen ich habe eine couch da kann man schlafen mittlerweile recht ja also ich weiß nicht ob man da schlafen kann die ist ziemlich hart kannst du weichbumsen zwei scheißlobys hatten wir jetzt eine geile hier war der eine und die andere die haben beides roten mützen und genau und hier ist angeguckt die ganze zeit aber nur so angeguckt der hat sich einfach ausgedrückt obwohl sein mate noch da war das ist ja nicht in itzohro frankfurt hwf ja glaube ich auch aber das ist auch keine stadt glaube ich jetzt tendenziell das ganzes bundesland einfach in welcher stadt bisher bin ich von die weg sehr überzeugt auf jeden fall sehe mich auf jeden fall bald in die weg frankfurt besten ja weiß ich nicht was bestöhnt als ich gesagt habe wenn ich den jetzt bekomme ist die freeline eigentlich so geil auf range digga die hatten 1800 meter pro sekunde oder so 1800 digga ich glaube es gab noch nie so eine krasse bullet velocity oder merkt man das auch krass ja du musst gar nicht vorziehen also wirklich gar nicht vorziehen ja gut dann möchte ich so noch mal spielen das ist noch gar nicht ich habe die wirklich gar nicht also hat ihn was bekommen ich weiß ich sag gar nicht frage also darf ich das standards kaum spielen weil es standards körper zum übelst ekligen idle zu erwähnen ich dachte jetzt wegen englischer aussprache ich weiß nicht ob es da schöne frauen gibt ja wobei kaiser kommt daher ist eine schöne frau muss kommt auch daher eine zeit lang hätte man nicht denken können dass seine frau ist hast du das gestern wieder gesehen was war wie gustav hat dass wir dem pinken bart gepostet was jetzt geschützt wird welche welche bad frau soll ich machen somit ist ja haha ich habe kein bart war ja und dann muss man ja wo es hat runter geschrieben du hast doch gar kein bart john schreibt und da das ist doch der witz also jetzt habe ich geschrieben manchmal hasse ich muss das muss ich mir ja anhören ich weiß auch dass das nicht was klassischer nur das alter tätigen dreckige lache von dir eben was damit ist so ist jetzt immer an die frau denken denken ja irgendwie was oder was von kollegen dieser von kollega gleich seine kollega nein heidelberg münchen was heidelberg münchen heidelberg mann habe ich davon gewohnt einen von wegen was hältst du was hältst du von diesem t zum low ja was hältst du von diesem t zu low ich sag mal so seine herkunft statt ja also was halt nur seine herkunft statt sagt halt schon alles aussieht so ho ist natürlich besser geworden ich fand das super also delivery war auch klasse die liebe ich auch super ne voll das bleibt hier genau aus dem fenster raus die beste delivery werde ich aber auch nie wieder entklingen außer dance zeiten naja schrecklich dann selbst nicht warum das ist wirklich komplett mit hass gesagt geil kann ich da losgehen der ist hier drin gewesen ich habe unser ziel markiert das ist geil ich weiß müssen dann nicht erzählen was grüßte die mann na wer hustet hier 222 renko fair grüßte die mann naja und auch mal eine drohne ok die schwester von grenco grenco er zu schwach bin ich auch ja er planten hier ist guter platz zu holen da kommt nicht einmal holen vor was mache ich kein bisschen geil geil den anderen gerade glaube ich laufen sehen einer finnisch da wird doch selbst im ballon nehmen oder wegschweben wo ist er an dem ballon zieht sich hoch du bist ja also das macht es halt auch dumm gesagt ach dicker und wir waren deutsch die gucken gleich wieder dinge hier schämen war mensch der deckt wieder die cheater auf nur da einmal mit mehr als ich glaube ich kann so drauf jetzt unter mir aber ist ja richtig scheiße was und die kommen einer ja genauso vor dir ja das ist ja ich habe ihn sofort jetzt wird das noch was oder hat sie mir gehören ist der gefordert von kipp ketten ja ja jetzt ich komme schon richtig auf wo sind zwei wenn man nur drei platten haben kann das war nach zwei nur also ich dachte drei was denn wie meinst du mit drei platten haben also in drei platten in der tasche oder nicht maximal ich weiß es gar nicht man hat ja aber kannst du die money box trocken die mitgenommen hast ja warum was wir sagen ich habe keine stimme keine semtex man hat von anfang anfang an du spawns mit zwei du hast auch nur die möglichkeit die zwei platten zu geben ja 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 also so wie gehärtet ja aber du hast dann auch nicht das leben von gehärtet ne ja du hast dann 100 genau 100 100 nämlich platten quasi und wenn das hat schon kannst du dir dann drei platten geben dann weiß ich aber nicht mal das weiß ich gar nicht das weiß ich gar nicht das weiß ich gar nicht man dabei haben ich dachte eigentlich auch echt ja aber mit einem kopf ist noch nicht das gas kommt näher neue sicherheitszone wird markiert und dann ist die tempe auch geringer ne ja aber die waffen haben auch geistesgang recall alle gehabt ja das ist aber auch gut das ist eigentlich gut zu hören aber gut ihr wusstet ja auch noch nicht die die was passiert wusstet ja auch nicht die bewegung sind beziehungsweise wir konnten ja gar kein lober spielen ja deswegen also die die der rückschuss wird es ja noch verringern ja aber wenn du mal geschaut hast mw2 multiplayer haben auch alle waffen gut recall gehabt auch wenn du die so gebaut hast dass sie keine recall haben sollten zwei leute ja so kacke ach du scheiße wann die nein wir haben nicht eine bullet auf mich getroffen es ging so ja obwohl der auf range natürlich schon schwer ja eben das muss man halt so ein bisschen mit einem rechnen ja ja aber geringere time to kill ist jetzt nicht so ziemlich jetzt ratig macht euch nicht ja ne ist ja dann lieber mehr time to kill und dann ja oben bei dem auto zwei Leute und ja full push oder geh du vorne rum ich geh hin rum untersetzen aller du bist dann jemand dann vorbei und der hat dich auch nicht gesehen Er saß hier in der Ecke, du bist an ihm vorbeigelaufen und er so Die Verwirrung war verwirrt Alter, oh, das ist auch sehr unge... Oh, hol dir das mal an Der Chuck Ja, der Chuck an dem ich stehe Soll ich mich reinsetzen, dann fällt der bisschen runter, ne? Cheatet? Ja, oh Mann Ach, Digga, so ne Scheiße Alter, ist ein kranker Fight, Alter Clip das Jet bitte, das ist gut Das ist gut Dr. Shylock, danke für neun Monate, zieht da das Einhorn, danke für... Oh, warte, 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 danke für fünfzehn Monate Und Aschek, danke für die 1740 Cheatet, komm hin drin Cheatet, ja Der markierte von dem... ja, lass einfach Ballon fliegen Ja, ja Ah, einer Das waren wieder die, die Cheater gecallt haben Hab ich nen Kill bekommen? Ich glaube, er ist abgestürzt, ach Digga Nein Ne, ich habe ihn gescheatet, er ist abgestürzt, er hat Hauptmann gegeben Ahhhh Oh, Killauftrag Oh, ich habe hier auch einen Kopfgeldziel identifiziert Dann noch Falsche haben wir geschickt gewesen, ja Wenn ich da dann aufgeklatscht wäre, das wäre geil gewesen Das wäre ein Superkick dann Morit loves you Juju Nicht Moritz, Moritz tatsächlich Habe ich Moritz gesagt? Ja, ist Moritz gesagt Moritz? Moritz Moritz Digga, nein Du musst dich eigentlich, warum hast du gelacht? Moritz, Digga Du hast ja über Moritz gelacht Schon lustig, Moritz Das ist schon ein cooles Wort irgendwie Hinter mir! Vielleicht bin ich bei dir Ich geh auf Moritz 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 Ich geh auf Moritz Oh ja, ne, ne, lass die mal hier die Laufkraft machen Die haben das hier gemacht Da Das da Geht 10K-Auftrag oder? Ja Ja, was machst du jetzt? Hier ist irgendwo eine mysteriöse Vorrichtung Hä? Wie dämlich, Moritz 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 Was machst du denn? In der Nähe ist ein eigenartiges Objekt Ich glaube, da müsste noch einer sein Moven 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 Ja, ist ja gut In der Nähe ist ein eigenartiges Objekt Wir wissen es Ja, lass den Auftrag machen Ja, das ist gut Du hast sogar da gelacht Eigenartiges Objekt Ach, hier kann es auch sein So ist es gar nicht Ach, das kann generell bisschen random überall sein Hier ist die beste Position Wir werden so gesnipet gleich von Toppeak Aber das Gute ist, ich hab nen Ballon Also, wir können jetzt hier schnappen die Beute Und dann weg Ganz schnell Jetzt hier mit den Soldaten, Digga Geil Geil Weggewegs Wie schießt jemand? Wahrscheinlich die Soldaten Nein, ich bin tot Es ist Da schießt ein Bot auf die, auf die, auf die, auf die Jelis Leider 14 hat auf die Jelis geschossen Fass es nicht Au, au, au Ja, Gegner ist auch über mir Oh nein Ja, ja, ja Vor mir ist auch noch einer Ey, der Bot Hilfe Noch einer Hilfe Noch einer Mein Ja Noch der hier Komisch Was? Wir haben's Wir haben's Tja Ja Sind das gerade Ja Stop 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 und weg hier um ich kann auch noch mal gucken was hier so los ist ach jetzt ist hier schon präzis hast du eigentlich dann dies ja die wm also nein ich werde sich die die decision starten sondern einfach generell auf die wm hast meine ich das war so die frage ich bin irgendwie halt es ist irgendwie winter habe gar keine stimmung für wm ja aber du hast eigentlich immer gerne wm geschaut ich habe sehr sehr gerne geschaut ich eigentlich auch aber es ist halt auch so war so ein zweiter vielleicht hat man auch gar nicht so zeit wie sieht es bei euch aus seid ihr seid ihr in wm stimmung ist hier irgendjemand in wm stimmung bodenlose hellmummel verteilt ich habe keine ahnung wo die sind btw ich kenne mich hier nicht aus die unter mir noch die sind auf meiner ebene jetzt der letzte einsatz geht gleich los es bleibt nicht mehr viel zeit was macht er denn das gas kommt näher das gas kommt näher das war süße ich bin so weil ich war mal jemand der mein spiel schaut also auch wirklich wenn südkorea gegen keine ahnung ich habe ich mir auch angeguckt ich habe es auch mal so gemacht zu wm habe ich auch mal gerne gewettet also zu wm habe ich einmal gemacht all in und alles verloren bei kolumbien england mehr als 2.5 oder so ja 40 euro drauf gewettet und die haben 1 1 irgendwie nach 15 minuten gespielt und dann bis zum 90 durch 1 1 und dann habe ich gesagt ne das war es erstens letztes mal typico wirklich wirklich das war ich sauer krass erste wette und direkt die so ein ich bin so früh auf muss ich gar nicht mitfiebern und auf einmal passiert nichts mehr wirklich das war dann auch noch so ein das war ein ding spiel ne also 8e final oder so das heißt es ging halt um die verlängerung aber das zählt ja dann alles nicht mehr kann das sein dass das eine übelst gerne lobby ist ja krass ne ich bin ein bisschen freundlich dass ich hier nicht viel eingespielt habe ich sehe aber auch keine gegner mehr jetzt gerade oh mein gott das war so 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 ich habe unser ziel markiert zwar nur einer du hast ihn genockt ich habe mich in der selben sekunde ich habe dieses knock zeichen bekommen weißt du du hast ihn genockt wir müssen noch welche sein eigentlich oder einer muss noch welche sein ja du hast ihn genockt ich habe mich genau in der selben sekunde auch dieses knock zeichen bekommen aber er hat er wieder gekauft machen sie die cheats bitte aus machen sie die cheats bitte aus obacht letzte Verwarnung wie findest du denn mein song von peter fox Elon Musk Leine ist halt geil ne ich hab halt äh ich hab das lied vorher nicht gehört ne vor dem tiktok ja ich seh ihn ja nicht ah doch ich sehn schüttelt ich hab das wirklich nicht einmal gehört vor dem tiktok und ich hab jetzt auch davon weil ich so oft auf dem tiktok gesehen habe ich hab jetzt einfach so oft eingeschaut dass ich davon einfach auch rum und einfach auch rum was jetzt alles gut zwei zweier teams noch einer ist direkt vor mir dann sind beide teams glaube ich bei dir ich lebe dich ab ich lebe dich ab ich lebe dich ab ah ja einer ist im haus ja ich bin gelockt light with that nein 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 ich hab dich ja verraten ich hab dich verraten sehr gut ich lebe meine scheiße ich treffe oh jetzt aber er tot ich weiß aber ich weiß wirklich wo sie sind bei diesen du meinst unten im ding doch 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 die sind da da sind die zu 100% die können ja nur da sein eigentlich also die gehen gerade da rein achso und warum machen die das ich weiß es auch nicht selbstmord ein bisschen und rein also eingestockt die dachte sich so geil jetzt endgame tu wie tu und lass unten in die brücke rein zemtex stark sniper exekution c4 alles exekution alter die armen hey wie hast du mich da auf digga ich hatte 21 kills du hast 17 ich hab alle kills ich hab alle kills ich hab alle kills du hast dann gesagt so ja ich will auch noch kills machen danach hast du wirklich nur alle kills gemacht dann hab ich wirklich auch nur noch kills gemacht ja hab auch einfach mal das gemacht mein freund ja schade es war eine gute runde sogar also ich mach 1 ist das kein easy global hat dir auch guten spaß gemacht das ist richtig super das ist echt das ist echt noch semtex stuck den anderen genockt wie der sniper explodiert semtex explodiert finischt den einen mit c4 du exekutioner du exekutioner du exekutioner mit diesen c4 so geistesgang total einfach ihr spielt nie wieder warzone macht aus äh das ist ein guter upload